Viele Lösungsansätze, die wir beim leistbaren Wohnen haben, die wir in der Sicherheit haben, die wir in der Schule haben, zum Ehrenamt, auch in sozialen Anliegen und so weiter, die können wir jetzt in die Tat umsetzen. Und ich bin da relativ guter Dinge, dass das auch gelingen wird, auch außerhalb der Ressorts, die wir erhalten werden. Wir wollen in den Ressorts, die wir erhalten, natürlich starke Akzente setzen, aber natürlich haben wir auch quer durch alle anderen Ressorts unsere Handschrift drinnen. Und damit dies gelingen kann, haben wir ja den Koalitionsausschuss. Denn ich habe nach 20 Jahren und vier Landesregierungen auch die Erfahrung gemacht, dass Papier geduldig ist, dass sich alle mit ihren Ressorts beschäftigen. Und letzten Endes eigentlich keiner mehr weiß, was wir eigentlich wollten und geschrieben haben. Und deswegen wird es unsere Aufgabe sein, auch hier eine treibende Rolle einzunehmen und treibende Kraft zu sein. Und deswegen wird es unsere Aufgabe sein, auch hier eine treibende Rolle. Vielen Dank.